Alter, echt jetzt? Wer stand denn von euch jetzt auf der Treppe? Ja, ich. Scheiße, Alter. Ich hab meinen Schlafsack unten noch. Nein! Kommst du noch runter oder hast du noch eine Spielstunde? Ja, das schafft. Ah, dann entgegen hab ich noch. Ja, dann kannst du deinen Rucksack ja auch mit eins. Geh mal komplett runter. Scheiße. Da, ne, da, ne. Und schon haben meine Zuschauer gewonnen, ne? Die haben gesagt, ich sterbe noch mal, bevor die Rolle kommt. Echt? Du bist jetzt auch erst siebenmal gestorben, dann musst noch was. Hast du das, Karako? Ähm, ja, sieht gut aus. Aber kann ich dicht machen, ja? Na, noch nicht. Bin auch nicht da. Das ist doch noch 100 Meter entfernt. Die sind ja nicht bei uns gespawnt. Dann mach doch bitte dicht. Warum ich nicht bei euch gespawnt bin, das sehe ich daran, weil ich tatsächlich mein Schlafsack immer noch unten hab, äh, liegen lassen. Ich sag ja, du brauchst keinen Honig. Nein, ich brauchte keinen Honig. Sag ich doch. Pass auf, Meme. Stimmt, die hab ich gelegt, ne? So, jetzt könnt ihr sagen, was ihr wollt, liebe Herren. Ich hol mir jetzt ein Bier. Mach das doch. Mach doch. Für Sicherheit. Ja, genau. Du das nicht, Wolle. Oh Mann, Mucki, die Fetze wird von Kirche reingeschrieben. Okay, den einen Fan kriege ich nicht weggenommen. Hm. Warte mal. Ernsthaft? Mach ihn mit deinem Stab kaputt. Habe ich so viel Reichweite? Also nicht. Nee. Shit. Okay, egal. Warte kommt. Ich hoffe mal, dass da keiner raufhüpft. Äh, sonst haben wir... Action. Oh, das grüßt so grün. Oh ja. Kommt mal ein bisschen nach weg, zieht ihr ein bisschen über den Spike. Jetzt habe ich die Kanade in den Spitz. Nicht stark gestiegen bleiben. Einmal rundherum ziehen. Kommt mal rein. Kommt mal rein. Kommt mal rein. Was? Oh Scheiße. Nicht gut. Gar nicht gut. Scheibe. Scheibe. Ich... Ich sag die Erde seinen Tief. Ich kann nicht sagen. Ich sag die Erde seinen Tief. Scheiße. Shit. Wo rennt denn der hin? Wir haben ein kleines Bum-Bum-Problem. Wir haben ein Loch in der Mauer. Wir haben ein Loch in der Mauer. Direkt an der Mauer. Shit. Au au. Scheibe. Hm. Joosten. Wir haben ein Loch in der Mauer. Ich glaub, wir haben da keine Spikes mehr an der Stelle. Und auch keine Außenwand mehr. ich glaube ich werde mal reparieren gehen unten liegen spikes nur so wo liegen die denn jetzt ich habe vergessen meine nein hier 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 ich hatte direkten bonbon hinter mir was ist mit der base hier macht die ganze base kaputt hier alles lesen hier 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 jetzt wird lustig kann er noch feiner abgeben alles nix mehr wo bist du da geht die party hier ab stehst du hier vorne an der alten treppe gehen wir ein bisschen weiter die bundes ich bin gleich tot ich bin gleich so was man tot ich bin richtig im rucksack backpacks ja hier wie ich wollte wohl wohl ich bin gerade in das loch angefallen entschuldigung da stand der ganze zeit vor mir bis weg der keine halbantage mitgenommen das war eine gute idee das gut hier ist wieder oben ich nicht ich komme zur werkbahn kopf ab wie sieht es bei euch technisch aus 202 ich habe moni ich habe moni ich habe nichts ich müsste ich runter gehen scheiße ich bin tot nein nein da nicht ja ich gebe alles vor allem mein leben habe ich noch eine wettbewerbe ich hoffe es wo ist mein rucksack weil ja ja wir sind sie hat es ist so dunkel ich sehe mein rucksack nicht mehr danke die sind da noch alle unter nette ok echt dafür ist hier aber ganz schön viel los lass mal hell werden ich muss meinen rucksack wieder finden licht bitte licht noch mehr licht irgendwo muss ja noch ein geier sein also ja 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 wir sind auch hinten drin drei an der Treppe Alter ganz schnell ja Bubi und der nächste die resten gerade nate geil boah Keine Muni mehr, nachnamen. Alter, wie viel sind denn das? Wie kriege ich denn die Schreierin, dass die explodieren? Eine Schreierin ist down. Ah ok, ich verstehe. Oh ja, genau das. Wenn die nicht immer so zappeln würden. Ah ok, ich habe es bestanden. Oh wow. Du musst öfter Donnerstags mitspielen, dann gewinnst du dich dran. Ich habe keine Muni mehr und nur noch 30 Leben. Nächste Schreierin down. Autsch und weg. Das war ja klar. Alter Schwede. Da ist ja was los. Alter Vater. Die wissen ganz genau das Proxy der gefährlichste von uns ist. Ja genau. Die wollen immer auf den stärksten, damit die anderen nicht schlecht sind. Ja genau. Nein. Hinter dir Schreierin. Ja. Ja. Noch eine irgendwo oder was? Ich brauche Muni. Ich habe Muni. Aber bald kein Demolition unter uns. Die gehen aber ganz schön durch, ne? Seine Aufgaben. Shit, ich bin im Spike. Nein. Oh Mann. Das war doof. Voll im Spike hängen geblieben. Der einzige der noch da steht. An den Rucksack komme ich nicht mehr hin. Verdammt. Cheat. Ich brauche ein Repair-Kit. Haben wir noch so was? Haben wir noch ein Repair-Kit? Geht. Du willst doch bloß deine Waffe reparieren. Naja. Ich glaube, Dings ist gemacht hier. Kleber in Campfire. Kleber ist in Campfire. Okay. Kann nicht einsatz sein? Okay. Ich hoffe gleich mal. Der Marsch ist sehr schnell. Dann nur den Kopf. Wow. Ist hier was los? Ja. Ich glaube, so viel hat man noch nicht. Also schon lange nicht mehr. Meinst du? Vorliegen sind auch draußen so schnell. Alter. Okay. Ja. Feierabend. Dort außen. Tod? Ja. Alter. Das hört gar nicht mehr auf. Typ. Typ. Alter, das gibt's gar nicht. Alle auf Bräubolf. Noch eine Schreierin da hinten. Ach du Scheiße. Oh. 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 Alter, wo kommen denn die ganzen Zombies auf einmal alle hin? Ich hab keine Munition mehr. Na Fata Morgana oder was? Nee, mir geht auch die Muni aus. Ich hab nur noch 30 Schuss, dann du hast das. Wenn du bei mir auch sollst. Das ist ja so. Da wäre es nicht so schön. Oh. 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 ich habe natürlich nichts dabei und wird gleich drauf gehen mein ernst ich habe verschwommen das bild und hat ein zombie hinter mir gesehen und hat drauf geschossen wenn du in der gleichen linie stehst wie die kugel fliegt tut mir leid nur die ist hinter mir her gerannt wohl an der alten treppe habe ich jetzt eine einblendung einblendung was für eine einblendung ich danke dir trotzdem dass du mir helfen wolltest und in meinen memoiren die ich schreiben werde wirst du mal einen kleinen platz für mich finden für dich wird immer da sein das ist ein blendungsvolles das ist ein blendungsvolles Ah, das Segen wieder. Ha! Ah, shit! Nein, der Guto! jetzt habe ich natürlich meine waffen verloren das war's aber die noch halber da müsste doch jedoch sein alter was fressen die alles wer läuft da hinten jetzt parkour braucht jemand 7 am munition ich habe auch noch sieben dabei ich habe 300 schuss hier ich kann nicht einsetzen ich habe 120 noch was ich kann es auch nicht wir haben es tatsächlich geschafft oder wir haben ganz gern aus hier ist nicht zusammen gekracht ja lex mir am arsch lex mich schwärte aber ohne die doppelte wand von proxy wird eingestützt die idee mit dem spitzzweiler das war ja so klar da war ein zombie wenn du dich jetzt in die position rein stellst wo die zombies sind das ist natürlich ärgerlich gewesen guck dir mein video anderen siehst du dich geschossen habe und wohin andere sagen wenigstens sorry ich dachte du bist ein gegner ich bin tot wir sind schwer aus der entfernung mit der beste es ist es ist das eu er er soll Polio Monsum er hat ein er hat er Prozent dann auch der Sonntag ist bei er hat die Stadte die Steht auch ganz gut aus. Jetzt kommen da wirklich noch Zombies. So, dann gucke ich schon mal wegen weitergeben. Das ist... Das ist... Sorry, du wolltest auch nicht sofort... Ich hab's gesehen. Alter... Wie war's? Wie war's? Wie war's?